So, willkommen hier zurück zu unserem Let's Play World of Subways 2 U7 Berlin. Wir stehen hier mal wieder an einer roten Ampel. Wir warten darauf, dass sie grün wird und wir sind am Weg nach Rudu. Ich hoffe, dass es langsam weitergeht, weil wir haben jetzt inzwischen schon, ja, fast, ja, neun Minuten, bald jetzt eigentlich zehn Minuten Verspätung. Ähm, ja, von daher hoffe ich. Ja, wir fahren als zehn Minuten Verspätung los. Das ist ziemlich scheiße. 27 ist normale Abfahrt und wir sind abgefahren um 7.30 Uhr. Jo. Das ist mal eine, die mal rechts Ausstieg hat. Alle anderen sind bis auf am Anfang zwei, glaube ich, rechts, äh, links. Also das ist auch sehr selten. Ausstieg rechts. Zug nach Rudu. Einsteigen bitte. Hoffentlich wird hier jetzt auch schnell grün. Okay. Das ist ja ein Drama. Das ist ja ein Drama. Zug nach Rudu. Einsteigen bitte. Pfff. Pff. Pff. Ob das heute noch was wird? Zurückbleiben bitte. Aha. Aha. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Jetzt fahren wir hier mit 10 Minuten Verspätung ebenfalls wie vorhin ab. Spannend ob sich das wirklich noch bessert bis Rudow. Südstern. Ausstieg links. Die sieht hier ziemlich vergammelt aus, die Haltestelle. Sie wird gerade glaube ich saniert. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Aha, jetzt wären wir schon bei 9 Minuten. Wird ja immer besser. Hermannplatz. Übergang zur U8. Wir haben jetzt 42 und wir müssten um 34 da sein. Ausstieg links. Ausstieg längs. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Zurück bleiben bitte. Oh, nächste Station ist. Rathaus Neukölln. Verspätangeln. Zurück bleiben bitte. Verspät Gott. Ausstiegs Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Also 9 Minuten Verspätung. Ja, scheiße. Nächste ist jetzt wieder rot. Wieder aufpassen. Ja, jetzt können wir hier wieder warten. Ganz toll. Das ist mein Gegenzug hier. Ich fahre zum Rathaus Spandau. Wir fahren nach Rudow. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Neukölln. Übergang zur S-Bahn. Also die Ankunft in Rudow ist laut Fahrplan um 51. Wir haben jetzt 47. Also von daher, wir brauchen danach einige Zeit. Aber wir kriegen das schon nach hinten. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ausstieg links. Meldet keine besonderen Vorkommnisse. Abend verstanden. Händen Sie Ihren Fahrplan ein. Torsage hinter. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Grinzallee. Grinzallee. Im 40 müssten wir da sein. Wir haben jetzt 48. Die nächste ist aber schon wieder rot. Von daher wird das jetzt wieder später. Was ist das da alles ein Mist? Gucken, ob wir die Einfahrt mit, die Ankunft mit 10 oder mit 9 Minuten verstärken. Gucken, ob wir die Einfahrt mit, die Ankunft mit 10 oder mit 9 Minuten verstärken. Und dann können wir die Ausweitung hinkriegen. Mit 9 Minuten kriegen wir es noch hin. Ausstieg links. Ne, doch nicht. Ich dachte, der wäre... Ne, der misst das anders. Der misst das, wenn man die Türen aufmacht. Oder wenn man anhält... Zurück nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ne, und auch doch. Er hat es richtig gemessen. Ich hatte gerade falsch geguckt. Ich hatte bei Abfahrt geguckt. Abfahrt ist dann aber bei 10 Minuten. Da haben wir jetzt freie Fahrt. Da können wir jetzt mal richtig Gas geben. Abfahrt vom dass da ist. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ausstieg links Zuerst bleibt aber jetzt bei 10 Minuten Ich hatte gehofft, wir können da ein bisschen was rausholen, aber Zug nach Rudow, einsteigen bitte Zurückbleiben bitte Pachima Allee, Übergang zum Metrobus Ausstieg links Zug nach Rudow, einsteigen bitte So, wir sind am Ende dieser Folge, ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Hau da rein, ciao Hau da rein, ciao Hau da rein, ciao Hau da rein, ciao